Hallo, wir möchten heute über ein wichtiges Thema mit euch reden und zwar wird im Bundestag aktuell über den Haushalt für das kommende Jahr verhandelt und dabei geht es auch, welche Gelder und wie viel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe bereitgestellt wird. Genau, und wenn wir 2030 bis 2030 extreme Armut beenden wollen, dann müssen wir jetzt handeln und deshalb haben wir uns der Kampagne von Global Citizen angeschlossen. Die Kampagne heißt Zukunft schaffen, mit der wir Druck auf Politikerinnen ausüben wollen, damit die die gesteckten Ziele erreichen und die Gelder bereitstellen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was ihr tun könnt, dann swipet jetzt ab oder geht auf globalcitizen.org. Danke.